Die Natur, in der wir leben, steckt voller wilder Geheimnisse. Heute erklären wir dir deinen ökologischen Fußabdruck. Der Klimawandel bringt das Eis an den Polen zum Schmelzen und überall auf der Welt extreme Hitze oder Kälte. Die Menschen beeinflussen erheblich Natur und Klima, indem wir immer mehr Treibhausgase produzieren, Flächen bebauen und versiegeln. Um zu sehen, welchen Einfluss du auf unser Klima hast, kannst du dir deinen ökologischen Fußabdruck anschauen. Er wird in Global Hektar berechnet und sagt dir, wie viele Flächen du auf unserer Erde verbrauchst. Der ökologische Fußabdruck ist die Summe aller Kohlenstoffdioxid-Ausstöße, die du durch deine Aktivitäten und Energiebedürfnisse während eines bestimmten Zeitraumes produzierst. Einfluss auf deinen ökologischen Fußabdruck haben also zum Beispiel dein Fleischkonsum, ob du regionale Produkte kaufst oder wie oft du mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegst. Wenn alle Menschen einen so großen Fußabdruck hätten wie in Österreich, bräuchten wir drei Planeten. Jetzt bist du dran. Berechne deinen ökologischen Fußabdruck. Er ist größer als 1,7 globale Hektar? Keine Sorge, verkleinere ihn. Fahr Rad statt Auto. Repariere Dinge, anstatt sie neu zu kaufen. Und esse weniger tierische Produkte. Hilf so, unser Klima zu schützen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020